So, hallo bei Leonardo Love. Wir zeigen euch heute, wie man Eier brennt. Jetzt heizen wir Öl. Ihr schlagt ein Ei auf, was Jan gerade in der Zwischenzeit macht. So wird das dann aussehen. Hier seht ihr zwei Methoden, wie man ein Ei brät. Einmal das normale und einmal das kaputte. Wenn das Ei weiß ist und hier alles noch fest ist, nehmt ihr euch das Ei. Und man muss es natürlich auch salzen. Wenn ihr sie umgedreht habt, sehen die ungefähr so aus. Jetzt geht's weiter. Ihr legt es auf einen Teller, wenn es fertig ist. Wenn es zubereitet ist, sieht es ungefähr so aus. Ich bieche es mal rein. Piek, piek. Sehr gut. Gebt mir einen Lamm hoch und tschüss. Ryzen, beeskreis. Die Lamm hoch.